Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und heute gibt es einen älteren Raid und zwar mit Verstärkung aus der Community. Silvio und Martin begleiten mich dieses Mal in diesem Video auf Customs und ja, war eigentlich so ein ganz guter Raid, für mich zumindest. Meine Mates hatten nicht so viel Glück, aber schaut es euch an, habt viel Spaß dabei, lasst mir gerne ab oder liked da, wenn ihr mögt und wir sehen uns bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Sorry Silvio. Ne, macht nichts, fern Sie mal. Ja gut, ja stimmt. Man wird ja nicht. Wollen wir rüber in den Loot klumpen? Ja, Mates hat sofort Nox, ja? Ja genau. Aha, ich habe nur noch einen Painkiller. Ich bin im Mittelraum. Ja, ich würde gleich hochgehen. Okay. Was ist das denn? Irgendwas Goldnes habe ich gesammelt. Der Lauch von der goldenen TT. Jawohl. Dann baue ich mir Rechalas TT selber zusammen. Oh, B, das kommt zu. Wenn irgendwer hochkommt, musst du auf das Scheiß sagen, ja? Ja. Ne, ich nehme das mal wieder raus. Warten, du bist gelaufen, oder? Ja, ja, ich bin oben, ich laufe, ja. Würde ich mich jetzt mal auf den Weg nach oben machen? Ja. Ich bin dann hinten an den Treppen, wenn ihr hinten runter gehen würdet. Ja. Wo es zum Exit geht. Ich gehe gerade hinten runter und lege mich mal hier hin. Ja. Ich liege auf der Treppe, ne? Nicht, dass mich eine... Okay. Alles klar. Matze, du bist nach unten? Ja, ja, hier bin ich. Wer läuft? Ich. Also normal. Ich sprinte nicht. Ach, da ist einer gerannt. Ja. Unten. Das hört sich nach einer wegtauen. Ja. Matze, warst du das? Oh, bist du das, dein? Stehst du unten? Ich stehe nicht unten, wir sind beide oben. Der heilt sich. Granate. Ah, bedauern. Wo war der gewesen? Der ist im Rechalas Raum. Rechalas, sag ich schon. In dem großen Raum, wo die Bierkästen stehen. Er ist tot. Ich bin jetzt runtergekommen. Okay. Hast du einen Matze? Ja, ich hab ihn. Ich war jetzt echt verwirrt. Ich auch, weil das hat sich wie eine... Das war ja eine Vector gewesen, da habe ich erst gedacht, Matze hat aus Versehen. Ich hab ihn nicht schossen. Nein, nein, es braucht einen Vector. Ich sag, wenn du mit Looten fertig bist. Ja. Der hat ja so ein großes Grizzly dabei, wenn du möchtest. Ne, ich hab selber eins. Okay. Da geht's ab, da hinten. Ja. Okay, kannst ihn schröpfen. Ja, ich muss hier nur schnell mich flicken. Okay. Ich geh mal wieder raus. Ist das eine Todesfalle, wenn da eine Granate reingeflogen kommt? Ja. Ich geh wieder mal in die Treppe hier hinter. Ja. So, ich geh mal den Helm, würde ich hier in den Karton schmeißen. Von draußen kommt was von rechts. Aus den Steps, ja? Ja. Ja. Wieder eine Vector. Wo war der? Ähm. War vom Crackhaus aus. Ich sieh's gleich, kriegst du ja so, wenn sie meine Leiche looten oder so. Wo liegst denn du? Äh, da bei dem, wo die vier Kisten drinne sind. Da, wo du den ersten Spieler enterschossen hast. Da ist er drin? Nee, da wurde ich gerade erschossen. Da muss er doch drin gewesen sein. Ja, der war an dem einen Tor gewesen. Vom Crackhaus aus. Okay. Also nach dem LKW, äh, das Tor. Ah, okay, danke. Oh, okay, danke. Oh, okay, danke. We�, okay. Okay, danke. Okay. Okay, danke. Okay, danke. Okay, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, er hat gehockt in der Ecke. Oh, habe ich mich erschrocken. Boah. Ey, da hat er ganz hinten in der Ecke gehockt. Jawohl. Leckum, jo. Also wenn du meine M4 nur wegschmeißen würdest, wäre cool. Hattest du einen mit so einem weißen Stock hinten dran? Nee. Weil der hat ja auch eine M4. Ja, das war so eine hellere M4 gewesen. Ja, das ist eine hellere. Ja, das ist meine, ja. Okay, dann schmeiß ich die da hinten irgendwo hin. Ja, das ist meine M4. Der Rest ist mir eigentlich egal. Und weg mit dem Müll. Aber fleißig. Die A8cp hätte ich mir in vielen Fahnen. Was denn? Das ist ein Rig, was er im Rucksack hat. Ach. Das ist mein Rig. Achso. Ja. Das kriegst du wieder. Das ist gut. Das ist gut. Achso, deine M4 wollte ich da hinschmeißen. Oder sei es? Nee, ich schmeiß mir irgendwo Busch, das reicht. Okay. Sieht aus aber irgendwie. So, das war so. Schade geschön. Bitte. So, das war so. 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 Sehr schön. Na ja, also für mich hat es sich gelohnt. Für euch armen Schweine nicht. Neee! Untertitelung des ZDF, 2020